Das ist einer unserer vielen Schützlinge aus unseren Einrichtungen oder in den Tierheimen. Seine Unterbringung ist nicht günstig. Er bekommt täglich zweimal Futter und wird regelmäßig ausgeführt. Er wird medizinisch versorgt und gut auf eine Vermittlung an tierliebe Menschen vorbereitet. Die umfassende Betreuung eines Hundes kostet jährlich zwischen 1200 und 1500 Euro. In der kalten Jahreszeit kommen noch die gestiegenen Energiekosten für unsere Tierheime hinzu. Ihre Unterstützung ist jetzt dringender denn je. Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende.